Hallo und herzlich willkommen zu OMSI 2 der OMSI Bus Simulator. Wir fahren auf der Mainz-Linie 69 von Hauptbahnhof zur Fachhochschule. Da wollen wir mal rein, es geht auch gleich los. Ich habe schon mal 69.0. Ja. Ich laufe noch. Oh, es wollen ja mal welche mit. Gerade in meiner Testaufnahme wollten wir hier absolut keine einsteigen. Eine Kurzstrecke bitte. Können wir die Heizung anmachen hier? Nein, Heizung ist kaputt. Wir gehen da. Nein, wir können. Nein, wir können. Schönen Weißblatt. Ich werde das hier nicht machen. Es wird auch hier ein bisschen rum lenken. Aus was für Gründen auch immer. Ist hier lenken tut. das ist hier legt am hauptbahnhof kollegen da sieht die sehr gesund aus ja ach du bist noch mittel so zu mir laufen gut universität gutenberg buchhandlung dr kuhl ich hätte sauber bespuren können kollege und ich entschuldige mich schon mal gleich dass ich so still bin das ist alles komplett neu hier für mich der sollte mal lieber die gleiche auch nicht rumhaken hier eigentlich sowieso nicht schön grün bleiben jetzt darfst du ruhig holt werden dann 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 ich ich Ich. Na, gut, in der Zeit. Das wundert mich. Johannes von Müllerweg. Na, komm, geh auf. Ähm. Ja, geht doch. Ähm. Ach, nö. Ich habe ja diesen Fehler. Mit den Haltsteller. Schildern. Huch. Bin ich auch noch rausgetaucht. Also, ihr seht, was ich meine. Mit den Haltsteller. Komisch, aber alle sind in der eigenen Vorstand wieder komplett da. Kolonel-Kleinmann-Weg. Für die nächste Aufnahme wäre ich auch noch mal wieder den FX-Mod wieder installieren. Dadurch, dass ich sie auf 100 umgestiegen bin, hatte ich auch umsehen, den Zugleich noch mal installiert. Und den FX-Mod hatte ich dadurch nicht mal, äh. Luh, bluh, bluh, bluh. Äh, dadurch habe ich den FX-Mod nicht installiert. das werde ich aber jetzt nachholen das ist ja sicherlich einiges besser aus die technisch wo ich war ein bisschen zu schnell staudinger weg und das mit dem autos fängt auch an das ist ja erst wenn er kommt habe ich bekommen dafür entschuldige ich mich ich hätte gerne karte für eine kurzstrecke aber natürlich bitte er wollte ja noch welche aussteigen ich entschuldigung oder eine schilder fängt auch an noch mal fange ich aber nicht an aufzunehmen duisberg weg sesam öffne dich da die gegner hoch so wie sein leichter hochschule mainz auch ne geht das auch in gebäuden los noch mal aufnehmen werde ich das garantiert nicht ich weiß nicht was das für ein fehler ist warum das auftritt keine ahnung so raus für euch ja ich wünsche euch auf jeden fall einen wunderschönen resttag und oder einen schönen das nächste mal wahrscheinlich vielleicht rein hausen wenn ich es zum laufen bekomme